Jo. Passt. Das kann nicht wahr sein! Ich war doch grad da! Nein, die Erzförderer! Die Bänder sind nicht so schlimm, die Erzförderer sind so teuer. 50 Stück kaputt. Komm schon, fahr! Ja. 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 Ich kann nichts machen! Nein! 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 Ja, und ich habe keine Erzförderer einstecken. Denn... Wie viele wurden zerstört? Über 50! Okay... Na gut! Na gut! Na gut! Na gut! Na ist zwar schade, weil die ziemlich teuer sind. Aber ja... Aber ja... Aber die Forschung ist auch gleichfertig. Ist auch gleichfertig. Machen die Geschütztürme ein bisschen mehr Schaden. Ich würde mich interessieren, was fehlt. Warum das noch nicht fertig ist. Ach Gott! Das tut weh! So... Wie viel ist da jetzt drin? 135... Ja gut! Da ein... Da ein... Da ein Masten... Und hier nochmal ein... So, dann ist das zumindest schon mal geschützt. Und ich muss irgendwie... nochmal... 50 MK3 Erzförderer bauen. Und ich habe mir keine Zeit gelassen. Ich bin in den Zug eingestiegen. Und schon waren sie da. Stahl... Ja komm... Das ganze Eisen... ganzen Stahl... Sehr schön. Und ab jetzt kostet es 4.000. Das heißt, um eins davon forschen zu können, muss ich 4.000 Raketen hochjagen. Yay! Ich mache erst mal das. So... Und das werde ich auch mal ein bisschen erweitern, da ich doch schon einiges an Stahl immer brauche. So... Jetzt haben wir erstmal den Strom, denn das ist auch alles fertig. So... 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 Also, hier sitzt dann ein Greifarm, der Kohle wegnimmt. Und hier wird ein Greifarm sitzen. Hier so einer und da zwei Stück. Das klappt. Okay. Okay. Ist das die richtige Höhe? Ja. Okay. Passt. So, das geht durch bis hier. Habe ich nicht davon auch ein Blueprint? Da mache ich aber nur die Hälfte. Nö, scheint nicht. Gut. So. Denn da muss ich die Arme nicht alle setzen. Ich habe jetzt keinen Arm einstecken. Ach Gott. Gut. Das läuft schon zwei. Das heißt, es muss hier geteilt werden. So. Dann ein unterirdisches und eine Pumpe. Da. Ja. In den letzten zehn Minuten. Ja, gut. Hat sich gebessert. War aber auch ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten. Was machst du hier? Äh, Jaden. Inventar leer. Und dann nochmal ein paar Komponenten zusammensuchen. Okay. Hier geht gerade nix mehr. Aber das schneller machen hat auch nix gebracht. Denn besser laufen tut es dadurch jetzt auch nix. Und es laufen nur wesentlich weniger Maschinen. So. Das Eisen kollabiert komplett. So. Okay. Ich probiere mal was. So. Also ich habe auch keine Karten. Greifarme mehr. Muss ich eben mal ändern. Warum habe ich hier einen Haufen Bänder und sowas drin, ha? Was ist denn das? Greifarme. Hier. Ich finde dafür, dass die so teuer sind, sollten sie eine maximale Gesundheit von 3.000 haben und eine 300. Ja, und das war alles hier abreißen. Ich habe nämlich für eine Idee, vielleicht nicht unbedingt, aber den Drang, das Eisen endlich mal zu ändern. Ähm. 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 So. Gut. Das ist leer. Ähm. Gut. Ach so. Gut, mal alles abreißen. Das wird schon wieder geschmolzen, das Eisen. Da mache ich mir ja mal überhaupt keine Sorgen drum. Naja, komplett ausgetauscht werden müssen diese Bänder ja jetzt nicht. Es geht ja nur darum, dass genügend getauscht ist, um die Dinger zu bauen. So, hier, ne? Ähm, Moment. Ja. Ja, gut, noch die zwei hier. Ähm, unten rot. In der Mitte blau. So. Jetzt hier. Und da. Und hier. Und da. Wie viel ist denn das noch? Zwei, äh, 260.000. Irgendwas fehlt, wahrscheinlich die roten Greifarme. Gut, dann klaue ich mir nochmal ein paar Öfen, ein paar gelbe Greifarme. Wenn ich welche hätte. Gut, dann muss ich mal... Wow, halt. So. Äh, okay, okay, okay. Öfen. Ähm, diese Montagemaschinen laufen hier rein. Es kommt zumindest ein ordentlicher Patzen an Eisen nach. Da, deswegen kann ich das nicht bauen, weil hier noch ein kleines Stückchen rotes Band war. So. Der hier. Nö, nicht so. Was? Hä? So, der läuft hier rein, jo, dankeschön, dann kann ich, hups, endlich mal mit den Typen hier Aliens platt machen und um Aliens platt zu machen, brauche ich noch ein bisschen mehr von denen da. Gut, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und jetzt speicherts, jetzt wo es so spannend ist, speicherts. Gut. 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 So, hier. Mhm. Hier. So, dann sind zumindest jetzt schon mal zwei Seiten hier am Schmelzen. Und die Seite braucht unbedingt Eisen. Kommt's? Nö, weil ich hier ein Band vergessen habe. Haha. Mal gucken, wie das läuft. Ja, acht. Ja. γά асс Vielen Dank.